So, hier ist noch mal die kleine Rasselbande. Ich kann gar kein Video drehen, weil sie alle unter mir stehen. Ich muss mich rumdrehen. So, hier sind sie, die Mäuse. Ja, die Mama ist wieder weg. Luna. Ja, mein Schatz. Ne, Lino, da geht es nicht hoch. Da geht es nicht hoch. So, der nächste Schnurr ist der Carlo hier unten. Ja. Ich bekomme sie leider nicht aufs Handy drauf, weil sie alle unter mir sind. Alle möchten angefasst werden und möchten schnurren. Ja. Zurzeit, dass jeder seine neue Familie bekommt. Da bekommt sie so viele Streichleinheiten, die kann ich gar nicht allen geben. Na, die Laila. Ja, so, Bella kümmert sich um den kleinen Quietschen Lino. Unser Lino. Wo hast du denn schon wieder? Hm? Der Carlo. Jetzt frisst es gerade die Luna und dahinter ist die Cara. Was haben wir denn hier für ein hübsches Kerlchen? Der Kenny. Das ist unser Kenny. Na, ganz toll, ne? Kenny hat hier oben einen kleinen Kratzer, ne? Mit wem hast du dich gerauft? Au, au, au. Ach, wer ist denn das? Das ist doch Freunde. Au, lasst ihr mich in Ruhe? Das tut weh. Mit euren Krallen. Nee, zu mir könnte auch eine Schuhe mit den Krallen. Das tut der Mama weh. Hörst du? Ich bin nicht plagert. Hm? Hm, Carlo? Die Lissi kommt gerade hier, ne? Und Schnott. Ach, wer ist denn das? Die kleine Laila. Ja, Laila. Und auch, ne? Ja. Die Laila. So, haben wir unseren kleinen Quietscher wieder da, Lino. Au, 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 au. Ach, Lino ist jetzt hier oben. Bin hier auf dem Bein drauf, ne? Ganz toll, Lino. Hm? Ja. Hochgeklettert. Ach, wisst ihr, ich hab alles Kratzer hier von euch, Freunde. Wer ist denn das? Der Keanu? Hier. Ihr zerkratzt meine ganzen Beine, Freunde. Mama Bella. Hm? Die Karre. Die Karre. Ufa. Die Karre. Prima. Ja. Ja. Lino müsste es drunter von mir. Jetzt werde ich nicht mehr belagert. Jetzt werde ich nicht mehr belagert. Untertitelung des ZDF, 2020